ARD Text im Auftrag von Funk Stell! Lass wenigstens die Kinder und die Alten gehen! Vater! Lass uns nicht! Leute, Preis! Kein einziger Mongole zu sehen! Na los! Wer mich fängt, hat gewonnen! Ja! Was fällt euch ein, in die Steppe zu reiten, Sartai? Was, wenn sie euch hierher folgen und unser Dorf entdecken? Die Mongolen versklaven unser Volk! Es wird Zeit, dass wir uns wehren! Wir suchen Sartai! Es heißt, er rekrutiert Krieger! Finde die Aufständischen und bring mir ihre Köpfe! Sartai! Vielleicht sehen wir uns nie wieder, aber in meinem Herzen wirst du für immer sein! Meine verehrten Brüder, wir müssen Seite an Seite stehen! Nur so können wir sie besiegen! So soll es sein! So soll es sein! So soll es sein! So soll es sein! Endlich flach! Dies ist die entscheidende Schlacht! Wenn wir uns auf dieser Erde nicht mehr wiedersehen, dann im Paradies angriffen! Danke fürs Zuschauen! Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung, wie fandet ihr das Video, lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal!